ein herzliches willkommen zu diesem video ich bin und das ist ein kleines laber video was ich mal wieder mal überlegt habe weil einfach der letzte stream etwas chaotisch war ich habe mir gedacht holy maccaroy was habt ihr da angestellt denn im durchschnitt habe ich so drei bis fünf zuschauer da waren es erst mal so im durchschnitt am anfang so 19 17 15 bis 19 zuschauer dann mal fünf wenn ich ttt gekommen ist um entscheidung von mir so nebenbei oder so das war wirklich das swim war wirklich echt katastrophal also nicht katastrophal sondern einfach nur chaotisch also dann muss ich mir das überlegen dann da sind so ein paar fragen aufgekommen die ich in diesem video mal ein bisschen beantworten will zum ersten mal danke für den geilen system dann kommen wir erstmal anscheinend liegt das wirklich hier dann an dieser ankündigung das muss ich mir merken dann werde ich jetzt für auch donnerstag auch mal direkt die ankündigung vorbereiten dann gehe ich dann auch schon mal auf mein nächstes ziel ein für dieses jahr zum einen auf youtube mal ungefähr 30 bis 40 moment los zu knacken dann twitch affiliative programm das ist auch eins meiner ziele für dieses jahr dafür brauche ich rechtliche sachen dafür gehe ich mal kurz hier hin und mal kurz den heute der sport öffnen und in es schiefen wenn es denn ich brauche dafür brauche ich erst mal 50 follower da bin ich dabei ich habe 14 also ein zirka etwas mehr als die helfe vierte habe ich schon mal dann muss ich schon mal nachschauen wegen mehr stream also regelmäßig stream es hat acht stunden das sollte gehen zu meinen sieben verschiedenen tagen im monat das schaffe ich auch eigentlich wenn ich mal wieder richtig streame da bin ich ein bisschen ein faulen moment ganz ehrlich ich schreibe ich programmiere das kann ich leider aktuell noch also programmieren kann ich leider noch aktuell noch nicht für meinen auftritt dafür das lerne ich gerade noch danach könnte ich mir nachdenken ob ich so ein projekt mache ja dann kommen wir so zu ich habe im durchschnitt drei zuschauer ja die zahl hat mal ein bisschen einfluss darauf an den letzten stream das wäre natürlich utopisch geil wenn ich das irgendwann mal erreiche also insgesamt 25 stunden in einem monat stream dann zwölf zwölf verschiedene tagen relativ regelmäßig aber insgesamt 75 zuschauer im durchschnitt ja das ist auch eine schöne hausnummer sowie so alle möglichen sachen der hier was jemand mal so machen könnte oder wo man arbeiten kann das werde ich mir auch noch überlegen was ich jetzt auch mein stream selbst verändere es wurde schon mal gefragt das kann ich jetzt mal erklären sound request mache ich nicht das ist gesetzlich nicht so ganz legal ich werde noch etwas anderes überlegen wegen sound also welches auto ich verwende dazu informiere ich mich aktuell dann kommen wir zum punkt autogrammkarten das wurde im stream angesprochen ich werde bei 30 oder 40 abonnieren dann muss ich noch schauen insgesamt dann die 30 oder 40 autogrammkarten verschicken dann müssen wir euch irgendwo eine liste eintragen wo ich die sachen dann einfach mal leute die ich kenne geben kann und die anderen leute muss ich jetzt schicken aber das würde ich auch machen bei 40 abonnenten würde ich das mir überlegen dann kommen wir zu anderen sachen was ich jetzt immer in der nächsten zukunft wirklich planen das bedeutet jetzt wirklich erstmal streaming regelmäßig wieder paar videos aber ganz ehrlich ich habe aktuell noch ein paar baustellen im leben die nicht laufen da muss ich mich wirklich aktuell kümmern denn da kann ich auch mich wirklich ganz ehrlich da geht mein privatleben vor und die sachen sind nicht einfach deswegen muss ich mich darum kümmern deswegen habe ich auch bei euch sonntag kein video hochgeladen und hat er heute beinahe auch kein video aufgeladen hochgeladen das ist jetzt ein video ohne gameplay yay das sind wie solche punkte aber ich will eigentlich ein bisschen mehr machen auch wieder mit einer kamera die da hinten liegt ich will ja auch wieder raus gehen aber heute hatte ich wirklich keine zeit dafür einen vlog aufzunehmen die heute hätte ich das schon machen können aber der wird ein bisschen chaotisch geworden dann werde ich auch wirklich schauen dass ich mir hier ein bisschen mehr ordnung und design rein bekomme da muss ich mir was überlegen für und auch für ein neues projekt counter-strike könnte ein projekt sein ich werde für donnerstag sim highlights schneiden wenn ich noch Zeit und daran denke ja ich werde es immer noch nicht schaffen aber ich versuche es jetzt mich mal daran deswegen falls ihr noch ideen habt für meinen sim was ich machen könnte was ich hinzufügen könnte könnte ich mich vielleicht anmelden fällt mir gerade ein aber ansonsten falls ihr noch Ideen habt falls ihr meinen sim noch nicht abonniert habt das ist der erste link in der Videobeschreibung wir sehen uns dann bei dem nächsten video oder stream auf alexis oder alexis twitch alexis-tv bis bald und tschüss bis bald 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 bis bald